Lütjelage trinken ist einfach. Man stellt sich gerade hin, nimmt die beiden Gläser in die Hand und trinkt. Klingt einfach, ist es auch. Und das Ganze wollen wir jetzt mal üben. Jeder nimmt sich jetzt erstmal ein Bierglas in die Hand, ungefähr einen Fingerbreit Platz lassen bis zum oberen Rand. Das Fingerbreit funktioniert egal ob man dicke Finger hat oder schlanke Finger. Jetzt nur den Mittelfinger nach vorne und da kommt das Schnapsglas rein. Jetzt das Schnapsglas so justieren, dass es so circa einen halben Zentimeter über dem Bierglas ist. Mit dem Ringfinger das Schnapsglas ein bisschen nach hinten drücken, dass hier oben die beiden Gläser zusammen stoßen. Schnapsglas ungefähr halber Zentimeter über dem Bierglas. Drei kleine Hinweise zum Trinken. Genau gegenüber vom Schnapsglas trinken. Alles erst in den Mund laufen lassen und dann schlucken. Nicht zwischendurch schlucken, da wird man zu langsam und dann kleckert es. Und, wir haben es ja eben schon gesehen, gerade hinstellen. Wenn man sich nach vorne beugt, kleckert. Gerade hinstellen und dann soll es so aussehen. Und, ganz wichtig, beim Trinken an die Decke gucken. Prost und so geht es kleckerfrei.